willkommen zu einem neuen video wir haben in we sports resort alle nennenswerten champions besiegt mattes besiegt lucia's besiegt tommy ist es gibt zwar noch einen anderen champion im fahrradfahren aber ich mein fahrradfahren boah ich mach sport ich fahr fahrrad und deswegen schmeißen wir uns jetzt an wii sports das og spiel alle og spiele wir fangen natürlich mit tennis an der tennis champion ist elisa sie tritt zusammen mit sarah auf und deswegen werden wir die beiden so in den erdboden drücken wie wenn ich eine blume pflanze und natürlich wie immer perfekt vorbereitet die angelenkschlaufe ist angebracht wie gute manieren und dann starten wir direkt rein gerade noch besiegt und jetzt will er wieder gegen mich matt oh mein gott ich muss halt nichts machen komm hau ab jetzt komm was mach ich denn muss mich erst noch dran gewöhnen meine mutter liebt es wenn ich das mache mama shoutout mama das spiel hackt mich nichts einfacher als das mit einem schwung aufs hand ja ich habe nie deutsch gelernt mit einem schwung aufs hau mit einem schwung aufs ja ich muss meinen deutschen pass zurückgeben mit einem schwung des handgelenks sind wir schon einen schnitt in einen schritt näher an elisa ich bin gegen jay kohl und gegen worst case hairline shoutout mama wann wird das auch eine challenge eigentlich hier oh 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 da hat sie sich die kante gegeben zu leicht einfach zu leicht nerf my skill ähm das kann man mir aber nicht verklickern komm wir lassen ihn laufen oh mein gott wow wirklich wow mein skill ist wirklich wow wie ein hund also da habe ich so gegen den lauf gemacht ähm nee kann ich bitte nicht einfach schlecht spielen oh mein gott ich höre gerade mehr aus als ein hund das habe ich so beabsichtigt das war ja wirklich fabelhaft ne warum ist michaels gesicht so klein ach dumm 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 und hässlich mein markenzeichen je länger ich mir michael ansehe umso mehr theorien entwickle ich was in seiner kindheit passiert ist ich glaube irgendjemand hat sein gesicht gestaubsaugt als er klein war ach easy easy wir ignorieren infarkt dass ich zurückliege au ich fand hier gegen team hässlich oh ich bin so dumm warum habe ich das gespielt ich habe gerade so über meinen monitor gespuckt komm lass mal stecken michael michael lass mal stecken dafür schäme ich mich schon maximal ich bin so abgelenkt von ihren hackfressen das ist unglaublich ich suche verzweifelt michaels gesicht ich kann mich auch nicht entscheiden ob ich michael hat mir den arsch gerettet wie ein plastischer chirurg schön gemacht jonathan ich muss einfach ich muss einfach ich muss einfach ich muss einfach ich werde mich ich werde mich jetzt einmal konzentrieren boah hab ich sie hops genommen wow wow oh 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 mein gott ich fürchte mich gerade ein wenig muss ich zugeben oh mein gott oh mein gott ich krieg wirklich alle krankheiten ich locker oh 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 Ich muss über die Fußballfeldstirn nicht mehr reden, ja? Oh mein Gott, wirklich so gefühlt, also ist das ja so einfach. Ich weiß nicht, warum ich davor gegen Team Gesichtselfmeter verloren habe. Easy. Uh, perfekt. Wir sind jetzt Profis. Oh, 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 oh. Das ist Elisa und Sarah, das sind die Champions. Wir spielen gerade gegen den Champion, gegen Elisa, der Champion, weil das ist der Champion, weil Elisa. Oh, oh, okay, okay, alter Mann, hallo. Ich muss meine Unterhose wechseln danach. Bevor ich jetzt gegen den Champion gehe, wollte ich noch einmal jeden neuen Zuschauer herzlich willkommen heißen. Vielen Dank und dann würde ich sagen, Heidelan. Alter, ich bin so ready. Lucia. Ja, was für Lucia, Digga. Schaden. Elisa und Sarah. Let's go. Das Ding ist, sie sind jetzt halt in Highspeed-Datenvolumen unterwegs. Das ist unglaublich. Ja, ist auch nicht das... Chaos. Chaos in Lego City. Okay, perfekt. Sorry, was war das denn? Okay, ist in Ordnung. Okay, Elisa, ist in Ordnung. Reicht auch. Oh mein Gott. Und das ist der Champion. Oh, ganz übel. Wie bei Schwindel. Ich muss sie laufen lassen. Ich muss sie einfach laufen lassen. Wie Cardio-Trainer. Ich bin schlecht. Nee! Mann! Ja, das war die falsche Richtung, oder? Neu! Also, das kann man E-Sports schicken. Ich sollte mal mehr Tension-Pain. Oh mein Gott, ich sollte echt ein bisschen aufpassen. Oh, Mann! Ich... Oh! Ich wollte schon sagen. Ich muss so dolle Pipi. Ich muss Pipi. Oh, Mann! Oh! Oh mein Gott, was zum... Ja, ja. Wirklich ausgespielt. Ja, jetzt fangen sie an zu schwitzen. Jetzt fangen sie an zu schwitzen. Ist ja nicht so, als hätte ich einen riesigen Schweißfleck unter meinem Arm. Matchpoint für den Boss. 40 zu 15. Ich gewinne jetzt. Oh! Das war so bad. Egal, egal. Ich brauche immer noch einen Punkt. Ich brauche immer noch nur einen Punkt. Elisa. Oh! Okay. Ja, ja. Oh, Jonathan, ich liebe dich. Mmh! Ja! 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 Ratet mal, wer einen Liter Arschwasser hat. Ich hab sogar den Regenwald zwischen meinen Arschbacken, aber danke, dass ihr zugeguckt habt. Lasst ein Like und ein Abonnenten da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, wenn ihr es lustig fandet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und... Ciao! Ich bin so geistig behindert. Ich bin einfach geistig behindert. Ciao! Ich bin einfach 같이 sowas. Ich bin ja so generous. Ich bin ja auch wendet da dran nichts.